Das sind so Indizien für mich. Natürlich gibt es keine Beweise, aber das sind so Indizien für mich, dass es sowas etwas geben könnte. Man muss akzeptieren, dass es einen definitiven Anfang gegeben hat und davor gibt es einfach nichts. Ich glaube an diese Multiversumstheorie. Ich denke, dass es diese Multiversen gibt. Ja, ich bin überzeugt, dass es die gibt. Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die Frage, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht, für mich so wahnsinnig interessant ist. Das ist doch das nächstdenkbarste Szenario. Wir entdecken jetzt irgendwo mal was und wir können nicht hinreisen. Was würde das bedeuten, wenn so eine Erkenntnis da wäre, dass wir wirklich einfach nur in einer Bubble sind, aus der wir vielleicht nicht rauskommen können? Aber das Ganze zeigt uns ja, wie fantastisch das alles ist. Er ist der Schöpfer. Also es wird definitiv einen Weg geben, dass wenn er sich schon zeigt, dass wir mit ihm reden und kommunizieren können. Also kann mir ja keiner sagen, nur weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen, können wir nicht mit ihm reden. Er ist der Schöpfer. Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcast. Einen schönen guten Abend. Daniel, schön, dich heute wieder mal hier zu sehen, mein Lieber. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen und wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich habe letztens übrigens eine E-Mail bekommen und da ging es um dich und jemand hat sich da beschwert, dass ich manchmal sehr frech zu dir bin, Dien. Deswegen möchte ich mich bei der Person und bei dir entschuldigen und möchte ganz deutlich mal hier sagen, Dien, ich liebe dich. Oh Gott, du weißt doch, im Bestfall in der Verfassung ich bin, das kannst du mir so doch nicht sagen. Mein Lieber, ob das in diesem Universum allerdings stattfindet oder in einem ganz anderen, wo meine Liebe dir vielleicht auch zukommen könnte, eine fantastische Überleitung da auch wieder. Darum soll es heute gehen und zwar haben wir ja in den letzten Wochen mal das Phänomen angesprochen und das hat sich über ein paar viele Folgen gezogen. Wir haben gerade, bevor wir ja den Aufnahmeknopf gedrückt haben, noch ein Stichwort zufällig mit in den Raum reingeworfen, was du gerade gebracht hast, das Stichwort Verzerrungstheorie, wo wir uns in den letzten Wochen auch immer mal wieder unterhalten haben, dann gab es natürlich das UFO über Düsseldorf und in der letzten Woche, ich weiß es gar nicht, es scheint schon wieder so unglaublich lange her, sind wir allerdings auch noch mal so ein bisschen in Richtung Universum und Gründlichkeit abgedriftet und wir bewegen uns da ja immer, sage ich mal, bei Auswirkungen. Also wir reden ja immer über Dinge, die dann passiert sind oder über Dinge, die man sich denken kann und für uns Menschen ist ja normalerweise eigentlich festgelegt, dass wir verstehen, was das Universum ist, also per Definition und was wir da komplett mit einschließen und das ist ja so ein Thema, wenn man an das Universum denkt und da kommt man zwangsläufig in die klassischen N24 oder YouTube-Dokumentationen, wo es mal schnell um das Thema Multiversum geht, dass wir uns vielleicht in einem Raum befinden, der praktisch in einer Bubble sozusagen ist, der wiederum Bubble-Partnerinnen und Partner drumherum hat, die eben auch Universen sind, wo wir praktisch in einem ganz, ganz großen Raum sind und das, was wir bisher sehen, dass das vielleicht auch nur der Rand ist und dass dahinter aber trotzdem noch mehr steckt und da soll es heute Abend umgehen und wir hätten das Thema vielleicht auch belustigend vielleicht auch irgendwo aufziehen können. Allerdings in der Art und Weise, wie ich mich dann auch damit beschäftigt habe, bin ich ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, hier sprechen ganz, ganz viele namhafte Wissenschaftler, die wir heute Abend auch zitieren, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und vor allem auch die Frage in den Raum zu werfen, ist das vielleicht doch ein denkbares Szenario, dass wir uns in einem Multiversum möglicherweise befinden und da findet man viele, viele namhafte Wissenschaftler, die durchaus sagen, ja, das könnte eine Möglichkeit sein und das habe ich dann zum Anlass genommen, um dann zu sagen, okay, dann lass uns doch mal versuchen, anstatt den Aluhut heute mal aufzusetzen, da müssen wir die Freunde hier mal ein bisschen enttäuschen, Lass uns doch mal versuchen, wissenschaftlich, in Anführungszeichen natürlich wieder im Rahmen unserer Möglichkeiten, heranzugehen an das Thema Multiversum, befinden wir uns womöglich in einem. Finde ich gut, das ist ein sehr gutes Thema, ich liebe dieses Thema, ich liebe die Idee der Multiversum, ich stelle mir das immer so vor wie so, wie viele andere vielleicht auch, wie dieser Christbaum, der Weihnachtsbaum, an dem die Kugeln hängen und jede Kugel steht für ein eigenes Universum und manchmal hängen die Kugeln ganz nah beieinander und manchmal berühren die sich vielleicht auch ein bisschen und dann geschehen vielleicht Dinge wie die Phänomene, die manche Menschen beobachten. Ich finde die Idee sehr spannend, Multiversen und wie gesagt, so stelle ich mir das vor, wie diese Kugeln am Christbaum, finde ich eine gute Idee. Dann lass uns doch vielleicht mal in das Thema einsteigen, dass wir erstmal wieder mal ein gewisses Fundament setzen, auf das wir uns zumindest heute in dieser Folge, in dieser Aufnahme, dass wir uns darauf einigen können, worüber wir auch reden und dann mal schauen, in welche Richtung man auch möglicherweise hier abdriften kann. Die Weiterausdehnung des Kosmos ist seit langem ein Gegenstand von Staunen und Spekulationen. Zu den tiefgründigsten und faszinierendsten Theorien gehört die Vorstellung, dass unser Universum eine einzelne Entität in einer potenziell unendlichen Sammlung von Universen ist, mit anderen Worten ein Multiversum. Zur Begriffsklärung Entität, falls das aufkommen sollte, eine Entität bezeichnet in der allgemeinen Bedeutung etwas, das existiert, sei es physisch oder in abstrakter Form, was auch später eine gewisse Rolle spielen würde. Vertieft man sich weiter in dieses Konzept, könnte man sich unser Universum als eine Blase vorstellen. Dieser Raum könnte der Geburtsort zahlreicher anderer Universen sein. Jedes dieser Universen könnte überall Eigenschaften verfügen, die durch verschiedene Naturkonstanten bestimmt werden können. Dies führt zu einer Vielzahl von kosmischen Variationen. In solchen Universen können Sterne in unterschiedlichen Farben brennen, Planeten können unvorstellbare Landschaften haben und Leben, und das sage ich ja immer wieder, könnte sich unter völlig anderen Bedingungen entwickeln. Materie und Energie, die uns fremd sind. Dies führt uns zu den physikalischen Realitäten, die stark von unseren abweichen. Die schiere Anzahl dieser Universen könnte atemberaubend groß sein. Obwohl wir oft mit Zahlen wie Billionen oder Trillionen jonglieren, könnte die tatsächliche Anzahl der Universen selbst diese Zahlen bei weitem übertreffen. Wenn wir jetzt mal versuchen, da mal ein bisschen philosophisch erst mal drüber nachzudenken, was würde das eigentlich so für die Menschheit bedeuten, wenn man in dem Bewusstsein wäre, dass wir wirklich in einer Bubble sind? Weil das würde ja rechnerisch dann nochmal die potenzielle Zahl von möglichem außerirdischem Leben dann in dem Fall nochmal um ein Vielfaches erhöhen, dass das praktisch auch gar nicht abstreitbar ist. Was würde das bedeuten, wenn so eine Erkenntnis da wäre, dass wir wirklich einfach nur in einer Bubble sind, aus der wir vielleicht nicht rauskommen können? Ich kann dir sagen, was es für mich vermutlich bedeuten würde. Nicht viel mehr, ehrlich gesagt, als es jetzt bedeutet, bis auf die Tatsache, dass es natürlich fantastisch wäre, das zu wissen. Denn was gibt es da nicht alles zu erforschen dann, ganz klar. Allerdings in der Blase oder in der Kugel, in der wir uns jetzt befinden, haben wir auch nicht die Möglichkeiten, genug zu forschen. Wir können hier auch nicht erforschen, ob es außerirdisches Leben gibt. Wir versuchen es natürlich gerade aktuell, natürlich versuchen wir das schon seit vielen Jahren und schießen da lustige Dinge ins All und gucken, ob wir auf irgendetwas stoßen oder irgendetwas entdecken. Aber wir tun uns ja da relativ schwer, außerirdisches Leben zu entdecken. Deswegen würde es sich für mich dahingehend, bis auf die Tatsache, dass ich es mega gut finden würde, nicht viel ändern. Und ich würde gerne erst mal wissen, was hier los ist, in diesem Universum. Aber ja, die Tatsache, dass es so wäre, die fände ich spitze. Und für mich gibt es da ja sowieso schon jetzt schon kaum Zweifel, dass es so ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube an diese Multiversumstheorie. Ich denke, dass es diese Multiversen gibt. Ich bin überzeugt, dass es die gibt. Ich weiß gar nicht. Denn ja, das Universum dehnt sich aus. Worin dehnt es sich aus? Wieder die Frage aller Fragen. Was ist dann? Als Kind hatten wir uns die Frage schon gestellt. Wenn das Universum immer größer wird, wo wächst es rein? Aber es ist ja dann aber trotzdem, ich sag mal, das ist ja kein Argument in dem Fall. Weil das ist ja nur eine Verlagerung von, man setzt das Universum noch mal in einen anderen Raum rein mit vielen anderen. Aber dann könntest du da natürlich auch wiederum die Frage stellen, wo befinden sich diese Kugeln dann sozusagen? In welchem Raum? Also das ist ja nur eine Verlagerung, um wieder zu ergründen zu wollen, was der ursprünglichste Ursprung ist. Aber warum bist du denn, weil du sagst es ja, du bist ja überzeugt davon. Also was gibt es denn für Beweise, für deine Überzeugung, für deine Überzeugung diese Beweise, wo du sagst, dass das etwas ist, was, sagst du, es ist möglich oder es ist definitiv so? Nun gut, natürlich. Deiner Überzeugung nach. Es ist definitiv möglich, meiner Überzeugung nach. Wissen tue ich natürlich nichts. Es ist definitiv möglich, meiner Überzeugung nach. Das ist eine geile Idee, dass der Raum dehnt sich aus. Wo denn dehnt der sich aus? Natürlich ist ein Raum um unsere Kugel herum. Und in diesem Raum befinden sich vielleicht diese ganzen anderen Kugeln. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, entweder wird der Raum, dadurch, dass sich unser Universum ja offensichtlich vergrößert, der Raum immer größer wird, in dem wir uns befinden. Entweder kommen sich diese ganzen Kugeln näher, wenn es bei den anderen auch so ist. Wir nennen es einfach mal Kugeln jetzt ganz frech. Vielleicht ist es ja eine ganz andere Form oder es sieht sowieso ganz anders aus. Wir nehmen jetzt einfach den Begriff Kugeln dafür. Wir stellen uns vor, dass die Kugeln sich einfach wie ein Ballon, den du aufbläst, immer vergrößern. Und entweder kommen die sich näher und es hat einen Grund oder einen Sinn, dass die sich immer näher kommen und vielleicht irgendwann ineinander übergreifen und dann vielleicht irgendwann mal was ganz Fantastisches entsteht und die zu einer, wie Seifenblasen, die sich miteinander verbinden, zu einer großen, dann alles sich vermischt. Denn Phänomene häufen sich ja auch. Entweder sie häufen sich oder man läuft jetzt achtsamer durch die Welt und bekommt das mehr mit. Das ist jetzt die Frage, die man sich stellen könnte. Aber vielleicht ist der Grund, dass sich Phänomene häufen oder mehr Phänomene beobachtet werden als sonst irgendwann in der Zeit. Ja, auch der Grund, dass sich diese Multiversen immer näher kommen und vielleicht teilweise miteinander verbinden. Oder es ist so, dass immer mehr diese Multiversen entstehen und sich der Raum, in dem die ganzen Kugeln sich befinden, sich auch weiter vergrößert. Muss sich vergrößern, weil diese Kugeln sich vermehren oder neue Universen entstehen. Man weiß es nicht. Es ist so verrückt und skurril, darüber nachzudenken. Und was überall möglich sein könnte. Wir kennen ja alle diese Kinderserie Rick and Morty. Also viele werden sie kennen. Da geht es ja genau um dieses Thema, die Multiversen. Es gibt ja Leute, die sich über all diese Dinge Gedanken machen und das vielleicht in solchen Filmen oder Kinderserien auch verarbeiten. In dem Fall ist es ja eher so eine Zeichentrickshow für Erwachsene, würde ich sagen. Vom Humor her. Aber ich frage mich, ob es dann wirklich mit so etwas zu tun hat, dass es um uns geht, dass wir dann irgendwo gespiegelt sind, aber alles ein bisschen anders abläuft, Rollen vertauscht sind oder alles ein bisschen anders aussieht. Aber dass es uns, Kopien von uns gibt in diesem Multiversen, dass es einfach nur gespiegeltes Universum ist, von unserem zum Beispiel, nur ein bisschen anders sich die Dinge abspielen. Das ist die gute Frage. Oder ob es dann sich um komplett andere Lebewesen handelt, die dort vorkommen. Das ist ja alles so spannend, Dean. Um da nochmal einen Kritiker aus der vorletzten Folge auch nochmal ein bisschen zu ärgern. Ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen facen. Wir müssen das Issue mal ein bisschen facen, worum es hier geht. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja meiner Denkweise nach zumindest eine mögliche Verbindung von Ereignissen, die vielleicht auch zufälligerweise stattfinden. Wenn du sagst, ich vollziehe jetzt hier in diesem Universum eine Handlung und in einem anderen Universum wird diese Handlung vielleicht auch genauso vollzogen, nur mit einem anderen Ergebnis. Das ist für mich schon sehr, sehr weit gedacht. Und ich möchte primär nochmal auf den ursprünglichen Punkt eingehen, der für mich zum Beispiel, weil ich da nicht so ganz hinter stehe, was zumindest den potenziellen Glauben daran angeht. Und ich möchte ein bisschen von dir wissen und erfahren, weil das ist etwas, was für mich wichtig ist. Warum möchtest du denn, und das sagst du ja, weil es ja für dich ja möglich ist, warum möchtest du denn, sag ich mal, im Idealfall, dass unser Universum nochmal als Kugel in einem Sack mit anderen Kugeln da drin rumschwirrt in diesem Raum? Und es geht für mich nicht um diesen Raum. Warum könnte man denn nicht einfach akzeptieren, dass das Universum, so wie wir es jetzt kennen, und wir gehen dann auch in den Deep Stuff ja rein mit dem Thema, was ist das ergründbare Universum, was wir überhaupt messen können, ist dahinter vielleicht nicht noch viel, viel mehr. Und wir gehen auf die prozentuale Sicht weit von diesen Themen später ein, die wirklich erstaunlich sind. Warum könnte man nicht akzeptieren, dass es einfach nur ein Universum gibt? Warum muss es denn wieder etwas nächstgrößeres sein oder etwas Detailreicheres sein, was die Ursache von dem ist, warum unser Universum möglicherweise existiert? Es muss ja nicht sein. Ich finde nur die Idee extrem gut. Und für viele spricht ja auch einiges dafür, dass es so ist. Es sind eben auch diese Phänomene oder verschiedene Phänomene, die Leute das glauben lassen. Was meinst du damit? Meinst du damit sowas wie, das wird heute nicht angeschnitten, aber das ist etwas, was ich auch immer wieder gelesen habe, meinst du mit so einem Phänomen eine Art Urknall, ein Big Bang? Ist das zum Beispiel etwas, was Leute dann sehen könnten? Also jetzt schwer vorstellbar natürlich, aber meinst du das mit einem Ereignis oder was meinst du? Ich meine generell viele Phänomene, die hier eben vorkommen und sich sehr skurril verhalten. Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon in vielen Folgen über Phänomene, über diverse Phänomene, ob es jetzt die UFOs sind oder irgendwelche Erscheinungen. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der hat ein interessantes Foto gemacht und auf diesem Foto siehst du Landschaft und an einer Stelle auf diesem Foto ist die Landschaft sehr merkwürdig verzerrt. Natürlich könnte es mit der Kamera zu tun haben. Es schaut aber echt skurril aus. Ich habe das Bild leider nicht zur Hand und wir sind jetzt auch nicht die Fans hier, wenn es ums Einblenden geht von Bildern. Aber es ist wirklich ein sehr skurriles Bild. Ich habe das gesehen und habe auch gedacht, boah, was ist das? Und wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr skeptisch. Aber da hatte ich jetzt auch im ersten Moment keine Idee. Gut, ich bin jetzt kein Fotoexperte natürlich. Vielleicht kann das einer, der professionell fotografiert, das schnell und gut erklären. Ich habe ein bisschen auch so nach solchen Effekten gegoogelt. Ich konnte nichts finden jetzt auf die Stelle, aber wie gesagt, jemand, der sich damit auskennt, vielleicht kann das gut erklären. Allerdings, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, das sah sehr skurril aus auf diesem Bild. Es sah aus, als wäre, ja, so eine Art Riss, so ein verzerrter Riss in der Landschaft. Also ganz komisch. Oder auch Phänomene wie Portal-Orte, an denen es angeblich Portale gibt. Es gibt alte Berichte über diese Portale. Es gibt Leute, die heute noch an die Idee von Portalen glauben. Werner Betz zum Beispiel auch hier im Podcast schon war oder bei mir im Podcast, die überzeugt sind, dass es Portale gibt. Werner Betz ist in Frankreich rumgefahren und hat dieses merkwürdige Dorf gesehen mit seinen Bewohnern und im nächsten Jahr war es weg und die Leute sagen, da ist kein Dorf. Da war vor, keine Ahnung, hunderten von Jahren mal ein Dorf. Das ist schon ewig nicht mehr da. Das sind so Indizien für mich. Natürlich gibt es keine Beweise, aber das sind so Indizien für mich, dass es so etwas geben könnte. Entweder hat Werner Betz, wenn es denn wirklich so war, vielleicht hat er irgendwie in die Vergangenheit geblickt durch ein Portal. Vielleicht ist es auch so rübergeschwappt aus einem Multiversum. Und wer weiß, dass es sich da zwei dieser Multiversen oder dieser Universen nahegekommen sind und einfach, dass man so eine Überlappung manchmal hat und eben etwas hier erscheint. Vielleicht auch dort, bei denen im anderen Universum dann erscheint, etwas, was bei uns vorkommt. Ich glaube, man darf sich das jetzt auch nicht so bildlich vorstellen mit diesen Kugeln, denn so eine Kugel beinhaltet ja das komplette Universum. Und diese Phänomene, die wir beobachten, die betreffen ja in unserem Fall die Erde. Also, es ist jetzt nicht bildlich zu betrachten, dass diese Kugeln sich berühren und dann, es ist einfach, wenn die sich nahe kommen, dann wirken vielleicht, was weiß ich, die Energie des anderen Universums auf das andere ein. Es ist schwer, in Worte zu packen einfach, wie ich das jetzt gerade im Kopf habe. Aber die, es ist eben auch, die Idee der Multiversen, dass die nicht neu ist, sondern sehr alt ist und auch früher Menschen an diese Idee geglaubt haben, vielleicht nicht so ausgedrückt haben, wie wir es jetzt ausdrücken, aber die Idee auch schon hatten, die lässt mich einfach glauben, dass das absolut möglich ist. Und an der Stelle noch ein kleiner Buchtipp, Leute, Erde Null, Hörbuch oder als Buch, besorgt euch das mal. Wer Bock auf dieses Thema hat, mit diesen Multiversen, holt euch mal das Buch Erde Null, da geht es um das Thema Multiversen, da geht es darum, dass Springer von einem Multiversum ins andere reisen und nur den Planeten, das Multiversum betreten können, indem sie schon nicht mehr existieren, indem die Person, die sie selbst sind, schon gestorben ist. Interessanter Buchtipp und recht cool erklärt, wie das mit den Multiversen vielleicht funktionieren könnte. Wie soll ich jetzt da eine Überleitung finden? Das ist natürlich jetzt richtig krass. Aber du sprichst reale Punkte an, die definitiv später auch immer wieder zum Tragen kommen. Allein die Vorstellungskraft und wir haben heute auch, was das Thema angeht, weil es natürlich sehr, sehr wissenschaftlich und teilweise auch sehr, sehr physikalische Ausmaße annimmt, versucht, so viele Dinge wie möglich, die wir heute hier versuchen zu besprechen, auch metaphorisch darzustellen, bildlich darzustellen, damit man sich auch wirklich etwas darunter vorstellen kann unter diesen ganzen Fachbegriffen. Es gibt einen amerikanischen Physiker und selbstverständlich Bestseller-Autor, das eine geht ohne das andere auch gar nicht, der sich mit wissenschaftlichen Thesen auseinandergesetzt hat und unter anderem mit Dr. Stephen Hawking das Buch The Grand Design geschrieben hat und Stephen Hawking, der von 1942 bis 2018 gelebt hat, hatte dieses besagte Buch mit dem Kollegen Lodin aufgeschrieben und Stephen Hawking schreibt, dass das Universum durch eine spontane Schöpfung entstanden sein könnte und dass die Gesetze der Physik, die halt in unserem Universum gelten, dass die sich aus dem Nichts gebildet haben. Hawking erklärt nämlich, dass es nicht zwangsläufig notwendig wäre, auf Gott oder irgendein übernatürliches Wesen hinzuweisen als Ursache für die Entstehung des Universums. Stattdessen sagt er halt, dass es einfach eine, wie er das beschreibt, spontane Schöpfung war, die sich in einer Vakuumfluktation im Raupenzeitkontinuum gebildet hat. So, was heißt denn das jetzt? Ich habe das nämlich jetzt mal versucht, ein bisschen bildlich darzustellen, was das bedeutet, damit wir auch verstehen, was Dr. Stephen Hawking damit gemeint hat. In einfachen Worten bedeutet eine Vakuumfluktation im Raumzeitkontinuum, dass selbst im leeren Raum, wo scheinbar nichts existiert, ständig winzige Teilchen und Antiteilchen für einen sehr kurzen Moment entstehen und wieder verschwinden. Diese Teilchen tauchen spontan aus dem Nichts auf und vernichten sich gegenseitig fast schon wieder sofort. Diese Phänomene zeigen, dass der leere Raum nicht wirklich leer ist, sondern eine Art brodelnde Aktivität auf mikroskopischer Ebene aufweist. Diese winzigen, kurzlebigen Teilchen werden als virtuelle Teilchen bezeichnet und sind ein grundlegender Aspekt der Quantenfeldtheorie, da kommen wir später auch noch zu, die versucht, die Gesetze der Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie zu vereinen, um das Verhalten von Materie und Energie im Universum zu erklären. Das bedeutet, wie wir das, glaube ich, mal vor zwei oder drei Folgen gehabt haben, wo wir ja darüber gesprochen haben, was befindet sich denn wirklich in diesem Raum, in dem wir uns hier befinden. Ich kann natürlich auf die Kamera sehen und ich sehe da hinter dem Bildschirm und ich sehe dich als Person und könnte ja sagen, dass die Luft ja wirklich durchsichtig ist und dass da ja wirklich nichts ist. Aber das ist de facto ja hier nicht der Fall. Zumindest nach der Physik in unserem Universum. Und Dr. Hawkins schreibt eben, dass das Ganze eben halt spontan entstanden sein könnte, eben durch, wie du es vorhin auch gesagt hast, was man sich jetzt auch bildlich vielleicht vorstellen kann, dass zwei Universen eben aufeinanderprallen und dass eben dann etwas Neues, Grundlegendes entsteht. Glaubst du, dass, wenn man jetzt die spontane Schöpfung dann jetzt erstmal so dahinter setzt, so als Grund, dann ist es ja eine Reaktion von Ereignissen, die da passiert, wo wirklich kein, ja kein Schöpfer, kein Verursacher dahinter steckt. Und ich weiß, dass dann wieder die Frage kommen mag, ja, aber wer setzt denn eben das in Gang, dass so etwas eben passiert? Ich weiß gar nicht, ob die Frage, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht, für mich so wahnsinnig interessant ist. Wenn es einen Schöpfer gibt, wüsstest du jetzt, dass es einen Schöpfer gibt? Würdest du jetzt den Beweis bekommen, dass es einen Schöpfer gibt? Weil es sich bemerkbar macht oder einen unabstreitbaren Beweis erbringt, dass die Entität, oder was ich immer sage, der Schöpfer ist von all dem. Dann würdest du dich ja fragen, wer hat den oder das denn geschaffen? Hat er sich selbst geschaffen? Aus was? Aus dem Nichts? Die Frage führt ja zu weiteren Fragen dann, beziehungsweise die Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt, die führt ja zu weiteren Fragen dann. Von daher ist es mir, glaube ich, völlig egal, ob es einen Schöpfer gibt oder ein Schöpferwesen gibt oder nicht. Die Frage stellt sich mir, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich. Natürlich wäre es interessant zu wissen. Und dann fragst du dich ja, dann willst du ja was wissen über dieses Schöpferwesen. Was war denn die Intention, das alles zu schaffen? Gibt es einen tieferen Sinn, dass das alles da ist? Was glaubst du denn, warum es das alles gibt? Was glaubst du denn, warum das Universum und alles, was es noch gibt, entstanden ist? Guck mal, wir reden die ganze Zeit hier auch, was du hier vorbereitet hast heute, ist ja ein bisschen wissenschaftlich. Ich schwurbele jetzt hier ein bisschen rum mit meinen schrägen Gedanken, aber was du vorbereitet hast, wie gesagt, ist recht wissenschaftlich. Was ist denn schon Wissenschaft? Die Wissenschaft versucht, das Universum zu erkunden. Klar, es erforscht, was es erforschen kann, so sachlich wie nur möglich. Wie fantastisch und wie dermaßen grenzwissenschaftlich, wie wir es sagen würden, oder pseudowissenschaftlich, wie es manche abwertend sagen, ist denn das ganze Universum, wenn wir uns nur auf unseres jetzt beziehen und nicht und die Multiversen jetzt mal außen vor lassen, Grenzwissenschaft oder Pseudowissenschaft, hier geht es doch gar nicht. Wenn man sich mal überlegt, wie absolut schräg und skurril das alles ist, was es hier gibt. Und guckt das Universum an, wie abgefahren das ist. Schwarze Löcher, weiße Löcher. Es gibt Planeten, auf denen es irgendwie, was weiß ich, Metall regnet oder Diamanten regnet. Also nicht wirklich jetzt geschliffene Diamanten oder so, aber guckt euch mal ein paar Videos dementsprechend an. Oder es gibt jeder Planet hat sein eigenes Geräusch, das er von sich gibt. Die kann man sich auch angucken. Diese Planetensounds kann man sich im Internet mal anhören, wie der Planet, den wir so kennen, klingt. Es gibt Videos, wo du angucken kannst, den Größenvergleich zwischen den Planeten. Dann sieht man mal, wie winzig die Erde eigentlich ist im Vergleich zu anderen Planeten. also wirklich winzig und du sitzt hier und guckst dir diese Sachen an so in den Büchern oder als YouTube-Video. Mittlerweile gibt es ja alles so als Video oder schaust dir Bücher an, egal, über das Universum und erkundest so die ganzen Dinge, die es gibt und denkst dir einfach nur, das das ist doch klar, die Wissenschaft will das erforschen und will wissenschaftlich vorgehen, aber das das ist ja doch weiß nicht, wie wissenschaftlich ich das angehen kann. Natürlich interessiert mich Wissenschaft auch, aber es ist alles so fantastisch und unwirklich und surreal, was da oben oder wir sagen da oben, indem wir uns halt bewegen, das ist alles total surreal, was es ist. Genauso gut kann es ein Schöpferwesen geben oder ich meine, es kommt ja alles irgendwo her oder war alles irgendwo da. Die Frage allein schon, ist das alles hier schon hier gewesen, schon immer und es gibt ja keinen Anfang so wirklich oder gibt es einen Anfang, muss es einen Anfang geben oder muss es keinen geben, muss es einen Schöpfer geben, gab es den Urknall. Der ganze Scheißalter, der ist so abgefahren, weiß ich nicht, wie wissenschaftlich man da überhaupt vorgehen kann bei all dem. Wenn man über die Anfänge nachdenken, versucht nachzudenken über die Anfänge des Universums, das ist sehr schräg, das Ganze. Kannst du mir folgen, wie ich es meine? Es ist einfach so, das ganze Universum ist ein Mysterium, es ist ein grenzwissenschaftliches Mysterium in meinen Augen, das Ganze. Die Frage ist ja, ob mit Beginn des Universums auch der Beginn von allem gemeint ist. Das ist ja etwas, was durchaus als Frage auch aufkommen kann, ob unser Universumsbeginn, unser Big Bang wirklich der Beginn von allem war oder gibt es nicht etwas, was vorher schon immer da gewesen ist, schon mal da war oder schon existiert hat bisher, bisher existiert hat. Vielleicht ist das ja eine denkbare Möglichkeit. Du hast mich gefragt, nachdem, und dann hast du fünf Minuten lang gesprochen. Sorry. Du hast mich, alles gut, du hast nämlich sehr, sehr gute Insights und sehr, sehr gute Punkte auch gemacht, aber jetzt habe ich wieder Englisch gesprochen, das tut mir aber auch leid. Mein Gott, shit happens sometimes. Du hast aber viele Punkte benannt, die wirklich elementar und wichtig sind, aber du hast mich hier gefragt, ob ich daran glaube, dass es da einen Schöpfer gibt oder wie wichtig das ist, dass da wirklich etwas davor war. Ich habe mich schon mit der Frage abgefunden nach einer gewissen Akzeptanz und ich glaube, dass man sich diese Frage vielleicht manchmal zu wenig stellt, dass man einfach akzeptiert, oder ich lasse es mich anders sagen, damit ich hier keinen angreife. Ich habe für mich akzeptiert, dass ich für mich persönlich festlege, dass es irgendwann einen Anfang gegeben haben muss und dass es keinen davor gab. es muss einfach irgendwo einen Anfang gegeben haben. Das habe ich für mich akzeptiert, dass ich nicht immer wieder versuche, diese Fragen zu stellen und davor und davor und davor. Ich akzeptiere zumindest, dass es irgendwann einen definitiven Start gab und davor gab es eben nichts. Die Frage allerdings, was der Start war oder ist, vielleicht noch andauert, wir wissen es ja nicht in dem Fall, das weiß ich nicht. Da bin ich noch genauso ratlos. Ich tue mich halt wie gesagt mit der Theorie des Multiversums schwer, weil ich für mich einfach denke, es reicht auch unser Universum, dass das existiert und dass wir da auch nicht wissen, was da wirklich hinter steckt, weil das Licht teilweise ja auch noch nicht dahin gekommen ist. Das ist ja auch etwas, auf das wir angewiesen sind. Das heißt, wir haben unser Schicksal, was diese totale Ergründung zum Beispiel auch da angeht, haben wir ja auch eigentlich gar nicht so wirklich in der Hand. Wir sind ja auf unsere physikalischen Gesetze ja auch angewiesen. Das Licht muss halt eben erst mal voranschreiten. Und dann kommt irgendwann aber irgendwann dieser Punkt, wenn man sagt, okay, jetzt ist das Licht sozusagen einmal quer durch das Universum geflogen und wir können das jetzt alles messen und ergründen, dann stößt man ja trotzdem an die Frage, was ist denn dann da, wo das Licht nicht mehr weitergeht? Aus welchen Gründen geht es da nicht mehr weiter? Und was befindet sich da? Und da befinden wir uns dann eben am Rand des Universums. Und wenn man sich das metaphorisch vorstellt mit diesen Kugeln und die Form ist ja eigentlich vollkommen egal, aber es muss ja trotzdem einen Raum zwischen, wenn man das jetzt mal akzeptieren mag mit dem Multiversum, es muss ja einen Raum zwischen dem jeweiligen Universum und dem anderen Nachbaruniversum muss es ja geben. Oder ist es ein fließender Übergang? Ist es eine Trennwand? Könnte man da durchkommen? Kann man das nicht? Dann ist es sehr interessant, dann ist es sehr philosophisch gedacht, weil allein physikalisch gesehen und ich glaube, da liege ich richtig, was diese Annahme jetzt angeht, physikalisch gesehen können wir gar niemals an den Rand des Universums, des tatsächlichen Universums blicken, weil das Licht eben bis dahin nicht kommt. So, und ich denke, dann ist es egal, ob die Menschheit noch 500 Jahre lebt oder 500.000 Jahre, das werden wir mit Sicherheit nicht ergründen. Also diesen definitiven Rand des Universums. Und dann kommt ja dieser spannende Punkt da, wenn man das im Kopf hat, dass man weiß, dass allein physikalisch, dass man gar nicht diesen Rand irgendwann erblicken könnte, weil wir Menschen halt die Menschen sind und das ist auch etwas, was man halt im Hinterkopf betrachten muss oder definitiv behalten muss, ist es, wie realistisch ist es denn, trotz der Punkte, über die wir heute noch sprechen, wenn, wie realistisch ist es denn, dass wir uns anmaßen könnten zu sagen, dass da noch etwas außerhalb unseres Universums existiert, was wir ja wirklich nicht sehen können. Also messtechnisch, so wie auch dann halt mit dem Auge, weil mit dem Auge ist ja jetzt irrelevant, sondern wirklich messtechnisch, das können wir doch gar nicht. Ich denke, dass das Universum expandiert, das ist auch so eine Art Grenz uns aufzeigt. Wir sollen das nicht erforschen. Ich denke nicht, dass der Mensch dazu gemacht ist, das Universum zu erforschen. Vielleicht zu einem gewissen Punkt, können uns hier in der nächsten Nähe der Erde so ein bisschen bewegen, aber ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist, den interstellaren Raum zu erobern und haben wir schon oft drüber geredet und schon gar nicht den Rand des Universums zu sehen oder das Ende, das es vermutlich gar nicht gibt. Das ist, ich glaube auch nicht, dass du dahinter irgendwie den Schöpfer finden würdest oder den Anfang. Ich weiß nicht, du würdest vermutlich auch einen leeren Raum vorfinden. Vermutlich, selbst wenn du den überschreiten könntest, den Rand unseres Universums oder einholen könntest, wenn es denn irgendwie möglich wäre, das einzuholen, das expandierende Universum und du darüber hinaus fliegen oder wie man immer das nennt, du sich bewegen könntest im Universum, der Übergang wäre vermutlich fließend und du würdest es gar nicht mitbekommen, denke ich mal. Vielleicht wäre es dann in diesem Raum, in dem ein anderes Multiversum sich befindet oder wer weiß, wer weiß das schon. Aber du hast gesagt, du hast für dich irgendwann entschieden, daran zu glauben, dass es für dich gab es einen Anfang. Also irgendwann hat das alles angefangen. Kann man es denn Anfang nennen? Wenn es mit irgendetwas anfängt, kann man es überhaupt Anfang nennen? Das ist keine Ahnung, vielleicht eine Frage, die blöd formuliert ist, weil ich gerade keine anderen Worte dafür habe. Aber wenn es irgendwo anfängt, fängt es dann mit etwas an. Deswegen kann es eigentlich gar kein Anfang sein. Dann war ja irgendetwas trotzdem schon da, dass den Anfang das Ganze initiiert hat. Dass es gestartet hat. Also es gibt keinen wirklichen Anfang in dem Sinne. Irgendwas muss immer vorher da gewesen sein. Egal wie klein, wie groß. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt und ich kann deinen Punkt entkräftigen, weil ich habe mir das ja schon über längere Zeit überlegt und ich kam auch zu dieser Frage. Es muss ja dann immer etwas davor gegeben haben, was ja auch und ich fange jetzt nicht an mit dieser spirituellen scheiße esoterischen Kacke dann zu sagen, ja, wir müssen das einfach akzeptieren und so, dass das so ist. Nee, überhaupt nicht. Das, was wir immer sagen, dass es immer etwas davor gab, auch wenn man irgendetwas festlegt, das ist vollkommen klar. Also wenn heute Abend ein Fußballspiel läuft, ist klar, dass bevor das Fußballspiel anfängt, dass die Leute da trainiert haben. Und dann ist klar, dass die Leute, die da trainiert immer weiter und immer weiter. Du kannst immer wieder etwas davor setzen vor diesem tatsächlichen Ereignis. Das ist etwas, wie wir eben Vergangenheit gegen Wart und Zukunft ja eben betrachten, in dem wir ja immer sagen können, zumindest was dann die Vergangenheit anbetrifft, egal wie oder ein aktuelles Ereignis, es gibt immer etwas davor, es gibt immer etwas Berichtenswertes davor, was man sagen könnte, was dann angeblich zu diesem Ereignis, zu diesem Happening halt geführt hat, eben wie die Geburt der Fußballspieler, dass die halt 25 Jahre später heute Abend auf dem Platz stehen. Das kann man sagen, das ist ja ausschlaggebend gewesen dafür, dass das heute Abend genauso, wie es stattfindet, stattfinden kann. Den Punkt verstehe ich, den Punkt kann ich voll und ganz folgen. Ich muss dann allerdings, wenn ich dann darüber nachdenke, muss ich dir eine Gegenfrage stellen. Gibt es etwas, was wirklich schon immer bestanden hat? Schon immer. Dass wirklich nie einen Anfang gehabt hat, weil alles das hat ja irgendwo einen Anfang gehabt und hat eine Kettenreaktion ausgelöst, wie es halt eben dann passiert oder wie Dinge dann passieren. Der Unterschied bei dem definitiven Anfang ist allerdings, dass man akzeptiert, dass es eben halt keinen davor gibt, weil nichts zu diesem Anfang beigetragen hat. Dieser Anfang war einfach da und ab da beginnt die Kettenreaktion, wo man dann sagen kann, ja, was war denn davor und das kann immer weiter zurückspringen und deswegen sage ich, man muss akzeptieren, dass es einen definitiven Anfang gegeben hat und davor gibt es einfach nichts, weil es gibt nichts auf der Erde, wo ich sage, das hat schon immer bestanden und das wird ewig weiter bestehen. Das gibt es nicht. Alles wird geboren und alles stirbt. Alles hat bei uns auf der Erde oder in unserem Universum einen Anfang und ein Ende. Wir können immer ein Anfangsdatum setzen von einem Stern, von egal was und können ein Enddatum festsetzen. Von einem Lebewesen, von einer Blume, whatever. Englisch wieder. Man kann es hochrechnen, das kann man definitiv sagen. Sobald etwas entsteht, können wir berechnen, wie lange das im Durchschnitt bestehen wird auf der Erde in unserem Universum. Aber wenn wir sagen, es gibt nichts, was jetzt auf der Erde einfach plötzlich da ist. Einfach so plötzlich, das gibt es nicht. Und das ist das, was man sagt, oder wo ich dann sage, beim Anfang definitiv, da muss man einfach dann akzeptieren, dass es einfach keinen davor gab und keinen Raum und gar nichts. Und das ist natürlich von der Vorstellungskraft her sehr, sehr schwierig. Aber genauso schwierig vorzustellen ist es sich, immer wieder diese Kettenreaktion auszulösen mit was war davor und was war davor. Beide Richtungen, egal wie, ob man akzeptiert, dass es einen definitiven Anfang gab oder dass es immer wieder etwas davor oder etwas Größeres und dann fängt man ja anderen wieder drüber nachzudenken. Je nachdem, wie tief man diesem Thema drin ist. Du siehst, einer von diesen beiden Dingen ist ja definitiv wahr. Wir können eins von den beiden nicht beweisen, wahrscheinlich niemals, aber eins von den beiden muss es ja sein. Also entweder die Unendlichkeit existiert oder es gibt einen definitiven Anfang. Es gibt ja keine dritte Möglichkeit in dem Fall. Beides ist allerdings für den menschlichen Geist glaube ich nicht zufriedenstellend. Und das ist doch das, warum man sich so schwer tut, darüber nachzudenken oder versucht, andere Menschen davon zu überzeugen, warum die eigenen Argumente für einen sinnhaft sind, während die für den anderen totaler Schwachsinn sind, weil egal, wie es in diesem Fall ausgeht, es ist nicht zufriedenstellend. Es ist definitiv nicht zufriedenstellend. Selbst für die Leute, die dann sagen, man akzeptiert, dass es eben einen definitiven Anfang gegeben haben muss. Weil dann interessiert mich brennend, was war der Anfang? Und der interessiert mich dann brennender, wenn ich sage, ich setze einen definitiven Anfang an, anstatt immer zu sagen, es könnte ja immer noch etwas darüber oder davor existiert haben. Deswegen akzeptiere ich den Anfang und mache mir keine Kopfschmerzen um das, was potenziell passieren könnte, noch darüber hinaus. Man geht den einfachen Weg dann, natürlich, weil du wirst zu keinem Ergebnis kommen, wenn du drüber nachdenkst, was war denn vorher? Das ist ja eigentlich auch völliger Blödsinn drüber nachzudenken. Da gebe ich den Wissenschaftlern natürlich auch recht. Die sagen, es ist Quatsch. Da wirst du keine Antwort bekommen von niemandem. Was war vor dem Urknall oder was immer das auch war. Die wackelt ja jetzt auch die Urknall Theorie. Und sich darüber in den Kopf zu zerbrechen ist Blödsinn. Mein Punkt ist ja auch genau diese philosophischen Gedanken, die du jetzt geteilt hast die ganze Zeit und die Überlegungen, die wir anstellen, was könnte denn, gab es einen Anfang, gab es keinen, was könnte vorher gewesen sein, dies und das. Die Frage, was vorher gewesen ist, völlig für den Arsch eigentlich, sich die Frage zu stellen, weil das ist Unsinn einfach. Aber das Ganze zeigt uns ja, wie fantastisch das alles ist. Das war ja mein Pamphlet vorhin, das ich losgelassen habe, dass das so dermaßen fantastisch ist und die Wissenschaft dafür eben auch keine Erklärung hat. So viel ist aber angezweifelt, was hier passiert. Du hast hier das größte Phänomen überhaupt, die Entstehung vielleicht aus dem Nichts, dass diese ganze Mist hier entstanden ist, dieses ganze Universum mit all seinen fantastischen Dingen, die es hier gibt, entstanden ist, mit all seinen Wundern, die Lebewesen, die es hier gibt auf dem Planeten, wenn wir jetzt mal beim Planeten Erde bleiben, es ist überhaupt ein Planet entstanden, auf dem es Leben gibt, so ein vielfältiges Leben gibt, auf dem Planeten ist es schon ein Wunder und in unserer nächsten Nähe aber nichts der Gleichen gibt, also in dem Bereich, in dem wir beobachten können, gibt es nichts und wir können relativ weit gucken aus menschlicher Sicht ins Universum und wir finden nichts dergleichen, nichts annähernd Vergleichbares wie uns, das ist ja schon ein Wunder und sich dann hinzustellen und diverse Phänomene anzuzweifeln, wie das Paranormale, das UFO-Phänomen, irgendwelche Sichtungen von irgendwelchen echt freakigen Sachen, die seit Jahrtausenden im Zweifel sogar überliefert werden von verschiedenen Urvölkern, sich da hinzustellen das Ganze abzutun als Blödsinn oder als Hirngespinste oder als irgendwelche Märchen und Sagen oder Legenden, das ist einfach Quatsch, wenn man bedenkt, dass, ja, wie gesagt, die Wissenschaft nicht das größte Phänomen von allen überhaupt nicht erklären kann, wie überhaupt der ganze Scheiß hier entstanden ist. Das ist ein Phänomen, das ist ja ein Phänomen für sich, die Entstehung hier von allem. Wie ich vorhin schon gesagt habe, guck dir alles an, guck dir das Universum an, was es alles für fantastische Sachen gibt und hier auf der Erde alleine, wie kannst du daran dich hinstellen kannst, diverse Dinge anzweifeln, wenn einer über Spukphänomene berichtet und über das Ufo-Phänomen berichtet, da wird drüber gelacht, da wird gewitzelt. Das ist, für mich ist das einfach absurd. Weiß ich nicht, es gibt so viel Fantastisches hier zu beobachten im Weltall und auf der Erde. Abgefahren, das Ganze. Ich finde erstaunlich, dass du relativ früh zum Anfang der Sendung auch das Thema Erscheinungen, Geister, UAPs auch mit reingebracht hast in Bezug auf das Thema Multiversen. Also ist unser Universum denn für dich groß genug, dass diese Dinge auch eben halt bei uns entstanden sind in unserem Universum, dass sie deswegen dann zu Erde gekommen sind oder müsste es zwangsläufig dann und das ist etwas, was du auch angesprochen hast, mit Dimensionseintritten vielleicht zu tun haben, mit Portalen, dass diese Dinge eben dann eben aus einem anderen Bubble, Belastung ist heute Abend mal bei dieser Bezeichnung vielleicht für ein Universum, wenn man an viele verschiedene nebeneinander denkt, dass die dann durch ein Portal übertritt oder durch einen möglichen Fehler in der Programmierung. Und da kommst du wieder an die Frage, du musst wieder da, wenn du dann sagst, es gibt halt eben nicht nur unser Universum, sondern eben ein Multiversum oder Multiversum, dass so viele Sachen oder Universen nebeneinander bestehen, da musst du zwangsläufig direkt wieder erklären, was der Raum ist, worin sich das eben befindet. Und dann kommst du aus dieser Erklärsituation, wenn du wirklich versuchst, im Detail darüber nachzudenken, kommst du da auch gar nicht immer so von raus. Und deswegen frage ich mich dann, warum spielen dann jetzt solche Sichtungen, über die wir ja natürlich in den letzten Folgen zigweise gesprochen haben, warum spielen die jetzt in diesem Fall eine Rolle? Also, ich tue mich da schwer, diese Verbindung da zu treffen, weil wir sehen ja schon, wie verdammt verdammt schnell ist, wie verdammt schnell Licht ist, zwar mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, aber dennoch zu langsam, damit wir wirklich an den Rand gucken können. Und wenn ich mir vorstelle, dann gibt es eben diese Dimensionseintritte von solchen Phänomenen und dann passieren Dinge bei uns Menschen, ist komisch, dass solche Dinge in Echtzeit passieren. Also, da kommt es natürlich um die Wurmloch-Theorie natürlich auch nicht drum rum, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, dass man eben diese Zeit da spart, in diesen direkten Kontakt da kommt, das ist ja eine Definition von Portal oder dieser Eintritt dann in dem Fall, aber das ist auch wieder so ein Thema, wie realistisch ist denn das, dass sowas existiert. Weil es gibt ja nichts Übernatürliches. Das einzige Übernatürliche ist eben zu sagen, es gibt einen Anfang oder es gibt halt etwas, was halt schon ewig da war, das ist das einzige Übernatürliche. Nenn mir eine andere übernatürliche Sache, die wirklich im tagtäglichen Leben wirklich mal existiert. Eine übernatürliche, nicht erklärbare Sache, die den Großteil der Menschheit betrifft. Ich rede von solchen Dingen, von solchen Ausmaßen, es gibt keine Übernatürlichkeit. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen bist. Ob du es übernatürlich bezeichnen kannst, du weißt es nicht, wenn irgendein Phänomen auftritt bei dir, du weißt nicht, ob du es übernatürlich nennen kannst, nur weil du es vielleicht zum ersten Mal wahrnimmst, vielleicht ist es ja ein Teil von uns. Guck mal, Stichwort Intuition, geh da zu einer Intuition, erklär mal die Intuition. also wissenschaftlich. Das ist ein Bauchgefühl, wie man so schön sagt. Und oft hat das Bauchgefühl recht. Das ist ein Gespür, was du hast. Das ist so ein siebter Sinn, das du hast. Trau dem jetzt nicht. Natürlich machst du es auch an gewissen Punkten fest, wie derjenige guckt vielleicht, mit dem du gerade zu tun hast, oder wie er redet, oder die Stimmfarbe, und all das. Natürlich hast du auch so einen Sinn dafür entwickelt im Laufe deines Lebens, zumindest viele Menschen, manche natürlich auch nicht, muss man sagen. Manche merken es nicht, wenn sie irgendwie veräppelt werden von irgendjemandem, aber bei manchen Leuten schaltet sich deine Intuition ein, und die sagt dir, hey, hier musst du aufpassen. Also hier ist was im Busch. Das könnte auch, wie gesagt, erklär das mal, oder manche Leute haben so eine Eingebung, oder wir haben schon drüber gesprochen hier, du weißt, jetzt klingelt das Telefon, dann klingelt es wirklich solche Dinge. Oder vorhin, bevor wir aufgenommen haben, haben wir es ganz kurz angerissen. Es gibt Naturvölker, Ureinwohner, auch die amerikanischen Ureinwohner, die berichten, dass sie schon sehr, sehr lange mit Wesen zu tun haben. Also der Bigfoot ist bei denen ein großes Thema gewesen. Brauchen wir jetzt nicht tief drauf eingehen, kann man an einer anderen Stelle mal machen. Aber das war ein Naturwesen, ein Phänomen, das für sie dazugehört, zum alltäglichen Leben. Zum Beispiel die, gucken wir mal in die Folklore rein, oder in Mythologie. Nicht für jeden ist das ja nur eine Geschichte, die Mythologie. Für Leute, die, ja, für die frühen Menschen vielleicht war das nicht eine Mythologie, da ist das alles wirklich passiert. Die Inuit zum Beispiel, die haben auch sehr skurrile, das habe ich erst vor kurzem gelesen, ich berichte darüber gelesen, sehr skurrile, ja, wie sagt man, Naturgeister, mit denen sie zu tun hatten. Die Inuit hatte ich vorher überhaupt keinen, nicht auf dem Schirm. Die Inuit, wenn es um solche Dinge geht, da gibt es den Mahaha, das ist ein Dämon, Mahaha, hört sich schon lustig an, gleich im Kontext zu dem, was er tut, ein sadistischer Dämon, der, der sich Opfer sucht, die er dann zu Tode kitzelt. Es ist ein skurril aussehendes Wesen, mit, der ständig so ein Grinsen im Gesicht hat, hat weiße Augen, lange scharfe Krallen und, ja, für die Menschen war das damals existent. Das ist, das ist nur, nicht nur irgendeine Mythologie gewesen, für die Leute war das existent, die hatten Angst vor diesen Wesen. Die haben eine Meeresgöttin, die Inuit. Es gab die, die Hundemenschen, die nannten sie, glaube ich, Athlet. Hundemenschen waren, das waren, eine, das waren menschliche, die hatten menschliche Oberkörper und die hatten dann die Beine von Hunden und die sagen, die sind entstanden aus der Verbindung zwischen Frau und Hund und ja, da geht es, es geht natürlich noch viel tiefer jetzt, es ist alles sehr basic erklärt, ich will jetzt nicht komplett drauf eingehen, auf diese ganzen Sachen, aber für die, für die Inuit war das eben Tatsache und es waren auch so eine Art Naturgeister, das zeigt ja, dass auch alles mit der Natur und mit dem Universum im Zweifel hat das alles zu tun, hat alles damit zu tun, ich habe gesagt, also über die Verzerrungstheorie gehört haben, für mich ist die Erde ein lebendes, atmendes, lebendes, bewusstes Wesen, das uns vielleicht einige dieser Phänomene schickt, das ist eine Theorie, eine Idee, das ist ein Hingespinst von mir, aber ich kann es mir das vorstellen, das hat vielleicht alles auch betrifft, nicht nur auf die Erde, sondern auf das ganze Universum hat damit zu tun, wir sind ja Teil des Universums, die Erde sind Teil des Universums, ist alles beseelt, belebt und die Erde teilt uns so vielleicht Dinge mit, wie sie den Menschen früher auch Dinge mitgeteilt hat, deswegen berichten Menschen, die frühen Menschen haben vielleicht berichtet von ihren Naturgöttern, wie diese Hundemenschen oder die hatten auch wie gesagt eine Meeresgöttin, die hatten einen Gott der Unterwelt, das waren für die Menschen existente Wesen, das waren nicht Gespinst, nicht ein Gespinst, für die haben diese Wesen existiert, also die hatten tagtäglich damit zu tun und war für die tagtäglich ins Leben integriert, ne? Das ist natürlich etwas, was ich in unseren Bestseller-Episoden eigentlich immer angesprochen habe, mit diesen Wesen, die Urvölker oder frühere Völker vielleicht mal gesehen haben, dass die vielleicht als Götter interpretiert werden könnten oder vielleicht auch wirklich als Wesen, die eben keine Götter gewesen sind im Endeffekt, sondern außerirdische Aliens in dem Fall. Das kann ja in jede verschiedene Richtung auch wirklich da denkbar sein und die Beweise, die da offensichtlich sind, also da geht es ja nicht nur um Dinge, die auf Schriftrollen zum Beispiel festgehalten worden sind, sondern vielleicht auch um Wandmalereien und da reden wir nicht über Völker, die das vor 200 Jahren aufgezeichnet oder aufgemalt haben, nicht vor 2000, sondern viel, viel, viel früher, wo man solche Inschriften sehen und finden kann, auf der Erde komplett verteilt. Wir haben da auch öfter schon drüber gesprochen und das sind natürlich dann, wenn man das heute dann betrachtet, wenn man das sieht und das versucht zu analysieren, was man da sehen mag, was man da interpretieren mag und natürlich, es gibt da Dinge, wo man sagt so, ja, da sieht man das und das und da kann das auf jeden Fall sein, wenn man das so oberflächlich betrachtet, könnte man das sagen, wenn man allerdings die Evidenz weltweit sieht, wenn man solche Funde macht und dann in diese Verbindung setzt, auf welchen anderen Materialien sind solche Dinge festgehalten worden, sieht man definitiv auf der Welt komplett verteilt, sieht man Ähnlichkeiten zu den Dingen, die Menschen früher festgehalten haben, die Menschen aufgezeichnet haben, eben für die Nachwelt erhalten haben, wo man dann immer wieder auch wo kommt denn sowas dann auch potenziell her und ich gebe dir dann natürlich zu gewissen Teilen recht, dass man sagt, da könnte sich dann wirklich etwas entwickelt haben, wo vielleicht etwas im Hintergrund passiert ist, was diese Ereignisse und Phänomene möglich macht, dass sie auf der Erde dann passieren, dass Menschen das miterleben, in welcher Form auch immer das sein mag und denkbar sein mag. Die Frage ist dann natürlich, ist das dann gesteuert, ist das beabsichtigt oder ist es wirklich dann ein Fehler oder könnten dann, sage ich mal, dass das, was hier dann rauskommt, was für uns dann unnatürlich und übernatürlich dann auch erscheinen mag, ist das etwas, was dann beabsichtigt ist oder passiert das vielleicht auch durch Zufall? Ja, also nicht jeder Flugzeugabsturz passiert ja wegen purer Boshaftigkeit und wegen Absicht, sondern vielleicht auch aus Zufällen oder Unfällen dann vielmehr auch in dem Fall und könnte dann ein UFO, was dann woanders unterwegs gewesen ist und dann kommt ja die Frage, die ich mir dann stelle, ist das dann aus Versehen dann durch so ein Portal geflogen, gab es dann Fehler in deren übertechnologisierten Welt, dass es dann auf einmal bei uns gelandet ist, dass sich eben so eine Portalöffnung dann auch gebildet hat oder ist oder ist das etwas, was absichtlich passiert ist und das ist der große, große Punkt an dieser ganzen Thematik der Grenzwissenschaft ist, für mich ist da in diesem Fall, dass man, wenn man dann sagt, Option 2 könnte vielleicht ein bisschen sinnhafter sein, dass die potenziellen UAPs oder Außerirdischen das mit Absicht machen, dass sie über Portale dann beispielsweise hier eingreifen oder hier dann sichtbar sind auf der Erde, dass wir Menschen das auch miterleben können und das mit Absicht machen, das ist einer dieser Sachen, die wirklich sehr, sehr übernatürlich und undenkbar sind, was wir Menschen nicht rekreieren können und dementsprechend halt in meiner Realität halt keinen definitiven Platz findet, dass ich sage, dass ich das definitiv in Betracht sehe, dass das auf jeden Fall etwas ist oder die Ursache ist, dann halte ich es viel denkbarer zu sagen, unser Universum ist verdammt groß, ich denke nicht, dass Portalübertritte da ausschlaggebend für sind oder dass Störungen in dieser Matrix dann vielleicht dann auch der Anlass dafür sind, dass solche Dinge dann hier auf der Erde dann passieren, dann würde ich sagen, wenn, ja, wenn etwas hier auf der Erde ist, wo man sagt, das ist eben etwas Außerirdisches, dann stand das aus unserem Universum und dann über- beziehungsweise hochtechnologisiert im Hintergrund und nicht wegen, Portal übertritten zum Beispiel, das glaube ich dann zum Beispiel nicht, das ist für mich einfach zu groß gedacht, weil dann kommt dann auch das Thema, in Echtzeit muss das dann auch passieren, wenn man sich dann diese Distanzen, und diese Distanzen kann man sich ja kaum vorstellen, also das kann ich auch mal, damit wir auch mal ein Verständnis dafür bekommen, über was für Größen wir hier reden, das beobachtbare Universum hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren, Einige Wissenschaftler schätzen, dass das Universum mindestens 250 mal größer ist als das beobachtbare Universum, also mindestens sieben Billionen Lichtjahren Durchmesser. Wenn das zutrifft, sind nur fünf Prozent des Universums sichtbar. Fünf Prozent. Das heißt 95 Prozent von dem, worin wir uns befinden, keine Ahnung, das wissen wir gar nicht. Und die Frage ist, sollen wir es wissen und werden wir es jemals herausfinden? Und das ist eben meiner Meinung nach komplett unmöglich. Wir werden das Universum niemals erforschen. Niemals. Es ist immer, ich mag das Beispiel gar nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin, mit unseren Weltmeeren. Die haben wir auch nur zu ein paar Prozent erforscht. Wir wissen nicht, was und die befinden sich hier auf unserem Planeten. Wir wissen nicht, was da noch alles rum kreucht und fleucht. Entdecken ständig neue Tierarten, neue Fische, irgendwelche Riesenkraken und was weiß ich, vielleicht schwimmt sogar noch irgendwo der Megalodon rum. Das wissen wir alles nicht. Wie können wir dann uns anmaßen zu denken, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, das Universum zu erforschen oder noch besser aufzuklären, wie das Ganze hier entstanden ist. Das wird niemals passieren. Das sollen wir vielleicht doch gar nicht herausfinden oder es ist gar nicht möglich, das irgendwie herauszufinden. Ich meine, ist es auch so wichtig zu wissen, wie das alles entstanden ist? Weißt du, das ist auch so typisch Mensch. Du willst immer alles wissen und du willst es jetzt sofort wissen. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, was die Entstehung oder wann die Entstehung oder warum das alles hier entstanden ist. Neugierig ist man, klar, werden es eh nicht herausfinden. Ich würde es nicht irgendjemand zeigen oder irgendetwas zeigen, wird sagen, hey, hier bin ich, ich war das. Das hat gar keinen Grund dazu, wenn es eine Entität war, sich zu zeigen und zu sagen, hey, ich war das. Das wird ja auch nicht erklären, wo es selbst herkommt. Und wenn es irgendwas erklären könnte, wäre die Erklärung wahrscheinlich so konfus, dass wir Menschen das wahrscheinlich eh nicht verstehen würden. Das weiß nicht, ob das überhaupt alles nötig ist, diese Fragen aufzuklären. Wie unfassbar krass das wäre, wenn wir Menschen uns irgendwann unserem Schöpfer gegenüber sehen. Also wenn dieser Schöpfer wirklich existiert, wie du das sagst, es ist ja vollkommen klar und vollkommen denkbar, dass der dann eine Aussage gibt. Und ich denke, dass wir Mittel und Wege finden werden. Und ich meine, come on, er ist der Schöpfer. Also es wird definitiv einen Weg geben, dass wenn er sich schon zeigt, dass wir mit ihm reden und kommunizieren können. Also kann mir ja keiner sagen, nur weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen, können wir nicht mit ihm reden. Er ist der Schöpfer. Was das natürlich für für, 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 also, das wäre natürlich schon der Hammer. Stell dir mal vor, ein Interview mit Gott nächste Woche im J-Ware-Podcast. Ja, Podcast. Vielleicht gibt es keinen, vielleicht gibt es keinen Schöpfer mehr. Vielleicht ist, vielleicht ist der ja schon tot. Ja, und dann stellst du dir die, oder dann stelle ich mir die Frage, wenn es den halt nicht gibt, dann muss es ja trotzdem was anderes geben. Also für mich ist ja klar, ich wünsche mir auch einen definitiven Anfang. Also fast nahezu egal, in welcher Form. Es muss ja jetzt kein Schöpfer sein. Brauchst du einen Schöpfer? Was machst du? Braucht dir irgendjemand diesen Schöpfer? Brauchen wir ihn? Was tut er denn für uns? Er hat das alles vielleicht erschaffen, im Zweifel, wenn es einen Schöpfer gibt. Sorry, dass ich unterbreche. Wenn es ihn gibt, er hat das alles erschaffen. Natürlich sind wir sehr dankbar, dass wir da hier eine wunderschöne Erde haben, auf der wir leben dürfen. Also, wir könnten noch ein Stein auf dem Mars sein. Das wäre natürlich scheiße. Aber brauchst du ihn jetzt noch? Ich meine, wenn du, was weiß ich, du startest jetzt eine Kakerlackenzucht zu Hause in einer großen Regentonne oder was weiß ich wo, die braucht dich nur, diese Kakerlackenzucht, die braucht dich nur, bis du sie dafür, dass du sie startest. Und dann geht alles von alleine. Für mehr brauchen die dich nicht, die Kakerlacken. Die fressen im Zweifel das Papier, das du da reingeworfen hast. Die fressen ihre eigene Kacke, die fressen sich selbst, da wird immer von den Schaben ein paar sterben. Also die werden nicht verhungern, die werden sich immer weiter vermehren und werden immer größer und werden sie vielleicht sogar eine Chance finden, aus dieser Box zu entfliehen und dann werden sie sich noch weiter vermehren und noch weiter vermehren. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wer der Schöpfer ist, brauchen wir ihn. Vielleicht gibt es ihn ja schon viele Milliarden Jahre nicht mehr, der ist schon gestorben. Muss doch nicht heißen, dass er unsterblich ist, weil es so fantastisch ist, dass wir es uns vorstellen können, heißt das nicht, dass es irgendwie ein krasses Überwesen war, das mit Unsterblichkeit ausgestattet war und was weiß ich nicht alles. Also ich denke, dass es definitiv erstrebenswert ist, danach zu fragen oder definitiv danach zu suchen und ich sage dir auch gerne, warum. Und gut, dass es dann mit einem Tier dann auch direkt in Verbindung gebracht hat. ist, wir haben doch als Menschen die großartige Fähigkeit und ich weiß, da widersprechen es wahrscheinlich die einen oder anderen, aber wir haben doch die großartige Fähigkeit zu sagen, wir haben doch einen freien Geist, einen freien Willen, natürlich wie das Tier natürlich auch, aber wir haben die Möglichkeit zu denken und auch manchmal groß zu denken und Menschen, die halt groß gedacht haben, haben in der Vergangenheit auch vieles Wichtiges für die Menschheit erreicht. und dadurch, dass wir alleine diese Eigenschaft besitzen als Menschen, weil das ist ja auch wirklich etwas, was uns ausmacht, deswegen würden wir auch nicht über diese Themen reden, wenn es uns nicht interessieren würde. Weil wenn es uns nicht interessieren würde, dann würden wir sagen, da machen wir heute Abend ein anderes Thema, reden wir über ein Thema, was uns da mehr liegt oder wo wir sagen, da haben wir ein größeres Interesse daran, was halt eben mehr, ja sagen wir mal, Spaß macht oder so. Und da haben wir ja die Möglichkeit zu entscheiden. Und dadurch, dass wir diese Fähigkeit haben zu entscheiden und uns selber zurechtlegen können, was uns wirklich interessiert und das auch wirklich festhalten können, denke ich, dass die Menschheit irgendwo vielleicht auch in der Pflicht ist, versuchen herauszufinden, was da am Anfang gewesen ist. Und zum Thema Schöpfer, vielleicht ist es mehr eine romantische Vorstellung, dass man sagt, am Anfang war eben eine Entität da in Form von in Form von etwas anderem als Materie. Etwas wirklich, was ein Bewusstsein vielleicht hat. Ich finde diese Vorstellung einfach sehr schön und das hat nichts und das muss ich hier ganz klar sagen, das hat nichts mit der Definition von Schöpfer zu tun, wie das egal welche Religion auf der Erde hier festlegt, dass wie wir hier Gott sehen und was Gott alles möglicherweise ist oder so, das trifft auf diesen Schöpfer, so wie ich ihn mir vorstelle, trifft auf ihn gar nicht zu, weil dieser Schöpfer gar nicht beschreibbar ist und eben kein Gott ist im Sinne von Glaube, egal welcher Religion, das ist einfach etwas komplett anderes, aber wir müssen halt sagen Schöpfer, weil er hat es ja eben gemacht, er ist ja eben der Schöpfer in dem Fall, deswegen ist es leider diese Bezeichnung dafür, aber es hat nichts mit Gott in irgendeiner Art und Weise nach irdischer Vorstellung zu tun und dann finde ich das irgendwo, ja, es würde mich eher zufriedenstellen, sagen wir mal so, es stellt mich irgendwo zufrieden, wenn ich wissen würde und das definitiv der Fall wäre, dass man sagt, am Anfang war da eben etwas für verantwortlich, etwas, was bewusst dazu beigetragen hat, dass das alles hier entsteht, das finde ich schöner, anstatt zu sagen, da ist zufällig etwas in irgendeinem Raum entstanden, was, das ist jetzt mal ganz blöd und überspitzt gesagt, was einen Funken gegeben hat und dann sind ganz, ganz viele verschiedene Universen dann zeitgleich entstanden und dann hat sich angefangen, alles überhaupt zu entwickeln in diesem Raum, der vorher noch nicht definiert und da war, ich finde diese Vorstellung einfach nicht so schön, muss ich sagen, also und ich finde es halt auch nach, sag ich mal, menschlichem Verständnis und Überzeugung finde ich es auch schöner zu glauben, da war etwas für verantwortlich, als dass der Zufall in etwas nicht existentem dafür verantwortlich ist, dass wir heute hier sitzen, da finde ich das Erste mit möglichen Verantwortlichen sozusagen, finde ich dann definitiv schöner, muss ich gestehen. Eine Frage gebe ich noch an dich, das wird doch, meine Abschlussfrage heute sein, da bin ich gespannt, was die Zuschauer und Zuhörer zur heutigen Folge sagen werden, was ihre Gedanken sind und ich hoffe, ihr schreibt uns das reichlich und ausführlich in die Kommentare, Leute, wie ihr das immer macht. Stell dir vor, heute Nacht in deinem Traum erscheint dir dieses, dieser Schöpfer, was er immer so ist und du kannst ihm eine einzige Frage stellen, was würdest du ihm für eine Frage stellen? Jetzt kommt so ein Moment, wo jeder YouTube-Creator sagen würde und jeder Podcast-Creator, jetzt musst du die Pause definitiv rausschneiden. Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde ihn, also wenn ich nur eine Frage hätte, weil ich ja weiß, ich stelle ja dann keine Frage, die er nur mit ja auch Nein beantworten muss oder kann, würde ich ihn fragen, erklär mir den, erklär mir den Ursprung von allem und da muss er mehr als drei Sätze zu sagen. Gute Idee. Ich würde ihm auch so eine Frage stellen, die mir dann mehrere Fragen beantwortet. Natürlich würde ich wissen wollen, was seine Intention gewesen ist, oder wir sagen ihm, wir benutzen die männliche Form wieder, nicht, dass uns irgendjemand lüncht, aber ich würde ihn fragen, warum er das, warum er das alles entschaffen, was die Intention dahinter war und warum wir die Einzigen sind. Das würde ich so fragen, auch wenn ich jetzt für mich schon denke, dass wir nicht die Einzigen sind, aber da müsste er damit antworten, dass es mehrere gibt. Aber bringt dir diese Frage was? Also die Frage bringt dir ja nur was zu deinem Gewissen, dass du sagst, guck mal, jetzt hat der Schöpfer mir gesagt, wir sind nicht die Einzigen. Was macht dir denn mehr Angst, wenn du alleine bist, wenn du wüsstest, du bist hier alleine im kompletten Universum? Es gibt niemanden. Es gibt niemanden. Stell dir einfach vor, wir könnten bis zum Rand des Universums gucken mit unseren megageilen Teleskopen und was es nicht alles gibt. Stell dir vor, wir könnten da hinreisen. Stell dir vor, wir könnten 100% des Universums bereisen. Wir fänden heraus, dass es nur uns gibt. Was wäre denn abgefuckter, dass es nur uns gibt? Oder wenn du wüsstest, es gibt noch 20.000 andere Zivilisationen in irgendeinem Universum, wir kommen nicht hin. Was ist abgefuckter? Für mich, sei gleich vorneweg, wenn ich wüsste, wenn ich alles bereisen könnte und das ganze Universum untersuchen könnte zu 100% und würde herausfinden, dass es nur uns gibt. Wie gruselig wäre dieser Gedanke für mich jetzt. Das ist mein subjektives Empfinden. Für mich wäre das mega gruselig, denn dann würde die Frage, warum es denn so ist, die würde noch heißer unter meinen Nägeln brennen, die würde mich erschrecken. Wer spielt da mit uns? Was ist das für ein grausames Spiel, dass es so viele Planeten gibt und es so ein riesen fucking großes Universum gibt, aber nur uns? Da will uns doch einer richtig auf den Sack gehen. Warum siehst du das denn so? Weil es ist doch auf der anderen Seite, es ist doch das totale Geschenk, leben zu dürfen und diese Möglichkeiten zu haben, das so in der Theorie natürlich so zu erkunden, wie wir es erkunden könnten. Es ist doch kein Schmerz. Natürlich ist es ein Schmerz für jede Generation, die vor uns gelebt hat. Die hatten immer ein härteres Leben gehabt, das ist vollkommen klar. Aber das Leben an sich per Definition ist doch etwas, du stellst das dann als etwas Grausames, dass wenn wir die Einzigen wären, wie abgefuckt das wäre. Du fragst doch, was ich beängstigenderer finde oder wovor ich mir Angst habe. Ich finde, Angst ist hier auch das, finde ich, ich denke gar nicht an den Begriff Angst, wenn du mir diese beiden Optionen präsentierst. Weil, wenn wir die Einzigen wären und du sagst, wir sind ja die Einzigen und wir sind uns im Bewusstsein, dass wir die Einzigen sind, dass es niemand anderen gibt, dann sage ich, ja gut, dann gibt es immer noch physikalische Gesetze, die in der Grundannahme doch erklären können, wie Leben entsteht und das kann ziemlich gut erklären, wie der Mensch entstanden ist. Das kann man ja bis auf den Anfang der ursprünglichen Bausteine, in der Theorie dann natürlich jeweils, kann man das doch sehr, sehr gut erklären. Deswegen würde es mir da keine Angst machen, zu sagen, jetzt sind wir dann vielleicht die Einzigen. Ich fände es viel mehr erstaunlicher und ich fände es, ja eigentlich erstaunlich, ist das, viel treffendere Wort, wenn das die Möglichkeit wäre, wenn das andere der Fall wäre, dass wir eine von vielen sind, aber wir hätten niemals die Möglichkeit, dort hinzukommen, dann ist mein Empfinden auch nicht Angst, sondern ja, entspannt, dann ist das halt so, weil, und da ist natürlich auch die Frage, was heißt denn in dem Bewusstsein, dass wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, weil wenn wir wissen, dass es da andere gibt, erstmal, wie machst du das fest? Anhand von Messdaten, dann ist das ja gut, dann muss das aber doch so nah sein, dass wir doch auf jeden Fall definitiv etwas hinschicken können, wo wir dann kommunizieren können mit denen, das heißt, wo setzt du den Rand bei der zweiten Option zu sagen mit denen, wir wissen, dass da andere sind, ist es dann nur die Einstellung, dass wir nicht hinreißen können, dass Nachrichten verschickt werden können, auch wenn das zigtausend Jahre oder so dauert, darüber wollen wir ja nicht reden, aber dass da eine Kommunikation stattfindet, wo gibt es da die Trennlinie? Gar keine Kommunikation oder nur nicht besuchen? Also einmal auf Corona machen? Oder kann man da mal hin? Oder nicht hin? Natürlich nicht hin, dann kannst du auch nicht kommunizieren. Ja, aber woher willst du dann wissen, dass es andere gibt, wenn du weder kommunizieren noch sonst etwas machen kannst? Wie willst du denn wissen, dass dann was da ist? Du fängst vielleicht signalisieren, ist ja nur ein... Da schickst du aber was zurück und dann kommt ja mit Sicherheit irgendwas an oder es gibt auf jeden Fall eine Signalverarbeitung. Das heißt ja nicht, der unmittelbare Austausch, weißt du, so wie wir das jetzt hier in Echtzeit in dem Fall machen, nicht dieser unmittelbare Austausch. Aber dass wir nicht hinkommen können aufgrund der Distanz, weil wir halt keine geilen Raumschiffe haben, das ist doch durchaus denkbar. Das ist doch eigentlich das Szenario, was doch am nächstmöglichen eintreffen wird. Übrigens gibt es News in der UFO-Szene. Ich habe kein Alien-Interview in der letzten Woche geschaut, also glaube ich nicht, dass es was Neues gab, da haben wir das Thema für diese Woche auch schon mal abgehabt, was UFO-News angeht. Jetzt werde ich auf jeden Fall gesteinigt, aber that's the way I like it. Aber im Grunde genommen, das ist doch das nächstdenkbarste Szenario. Wir entdecken jetzt irgendwo mal was und wir können nicht hinreisen. Das ist doch eigentlich das, was am nächsten passieren würde. Wenn wir jetzt was entdecken, ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir nicht hin können. Ist ja nicht von heute auf morgen dann, dass wir jetzt noch einmal sagen, jetzt haben wir ein Raumschiff, jetzt können wir das machen. Also da würde ja eigentlich sich gar nichts tun, außer dass wir sagen, jetzt haben wir da vielleicht Daten oder in welcher Form auch immer, aber es würde sich ja in diesem Moment gar nichts tun. Da würde sich ja gar nichts verändern. Also zumindest im Sinne von, wir können da hin und sowas in dieser Richtung. Dass die Menschen hier dann ausrasten und richtig am Rappel kriegen, das ist ja vollkommen klar. Aber auch da, ich glaube, take it easy. Es würde sich dahingehend nichts ändern. dann, klar, physisch, weil es kann ja nichts passieren. Die kommen nicht zu uns, wir kommen nicht zu denen, findet keine großartige oder keine Kommunikation statt. Von daher ändert sich für uns ja nichts, außer dass du eben weißt, du bist nicht alleine. Und das ist doch irgendwie, für mich wäre das irgendwie ein beruhigender Gedanke, dass ich... Aber wieso ist es beunruhigend, wenn es nicht so wäre? Wieso ist es beunruhigend, anzunehmen, dass wir die Einzigen sind? Weil du dich dann fragst, warum bin ich jetzt mit diesem möglichen Schöpfer, was immer es auch ist, alleine hier in diesem riesengroßen Raum? Ja, aber du wärst auch bei der anderen Option, wärst du ja mit dem Schöpfer ja trotzdem in dem Raum und mit anderen zusammen. Also nur in einem anderen Maßstab dann vielleicht, weil es vielleicht weiter weg ist oder größer in einem anderen Universum stattfindet, whatever. Aber es ist ja trotzdem, da ändert sich ja nichts an der Ursprungsfrage. Also die bleibt ja trotzdem bestehen, dass da vielleicht ein Schöpfer war oder wie auch immer. Das eine hatte mit dem anderen ja nichts zu tun. Ob wir jetzt die Einzigen sind oder es da viele sind, das hat ja mit dem Initiator oder wie das dann zustande gekommen ist, hat doch da erstmal nichts mit zu tun. Ich finde schon. Ich meine, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber stelle vor, du wirst entführt und gut, dich will keiner entführen, das ist mir schon klar. Aber stelle vor, du wirst entführt und wirst in den dunklen Raum gesperrt. Das ist stockfinster. Stockfinster. Und jetzt bist du in dem Raum eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und es tut sich gar nichts. Du hast jeden Tag was zu essen, du hast jeden Tag was zu trinken, du hast eine Toilette. Du bist in dem dunklen Raum, aber es passiert nichts. Gar nichts passiert. Du weißt nicht, warum du entführt worden bist. Wie wäre die Situation jetzt erträglicher? Wenn du jetzt mit noch zwei oder drei anderen in dem Raum wirst oder wenn du alleine in dem Raum wirst? Das Beispiel, also ich verstehe, ich verstehe den Hintergrund, warum du das sagst, aber und es ist eigentlich, du müsstest eigentlich ein anderes Beispiel finden, weil ich finde das gar nicht haltbar, weil das Thema ist ja eigentlich einfach nur so, ich befinde mich aber hier nicht in einem Raum, den ich nicht sehen kann. Ich habe hier gerade in diesem Moment eine begrenzte Sicht in dem Raum, in dem ich mich befinde und das, was ich sehen kann, das reicht zum Leben. Ich kann doch, ich kann doch nicht sehen oder ich kann mir doch nicht die Fragen stellen, was drumherum ist in diesem puren Dunklen, weil ich da erstmal sowieso nicht hin kann. In diesem Raum, den du beschreibst, könnte ich das übrigens sogar, aber wenn man das möglich mal eins zu eins versucht umzumünzen in diese bildliche Metapher, ist es so, dass ich in diesem Raum, den du beschreibst, dass ich dort trotzdem minimal etwas sehen kann und das, was ich sehen kann, reicht für mein Überleben und für mein eigenes Fortkommen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich befinde mich also nicht in einem komplett schwarzen, hilflosen Raum. How about that? Du hast recht und mein Beispiel war jetzt natürlich nicht das Beste, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Das Ding ist halt auch, dass wenn du, wenn du, wenn wir jetzt wüssten, es gibt noch 20.000 andere Zivilisationen, dann weißt du, okay, die hat irgendetwas oder irgendjemand hat das kreiert und hat Leben gesät. Hier und da und dort. Gut, wir sind jetzt zu weit auseinander. Vielleicht ist das unsere Aufgabe zu versuchen, zueinander zu finden. Vielleicht ist das wie so ein Spiel, wie so eine Simulation. Die Siedler, die Siedler, was weiß ich, Universal Edition und wir sollen halt versuchen, da irgendwie zueinander zu finden oder was auch immer der Sinn dann dahinter ist, dass es so viele Zivilisationen gibt. Jeder kämpft für sich, ich weiß es nicht. Aber wenn du ganz, wenn du wüsstest, du bist ganz alleine, dann, also das, wie gesagt, ist auch mein subjektives Empfinden und ich weiß, wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Länder, das ist aber gar nicht schlimm. Für mich wäre das ein merkwürdiger Gedanke. Warum bin ich jetzt alleine hier? Warum bin ich jetzt mit diesem Erschaffer oder was immer das auch ist? Warum bin ich jetzt alleine mit dem hier? Warum hat er nur, warum erschafft er Milliarden und Abermilliarden von Planeten, die potenziell lebensfreundlich sind? Aber nur mich? Aber das ist nur, wenn du sagst, dass der ursprüngliche Ursprung ein Schöpfer ist. Ja, ja, natürlich. Ja, aber das trifft er aber nur darauf zu. Das heißt, ein Schöpfer kann natürlich viele Zivilisationen erschaffen oder kann auch, ja, Zivilisationen, du weißt, was ich meine, oder halt auch nur ein Volk, eine Menschheit erschaffen. Das kann ein Schöpfer tun, aber es kann natürlich auch genauso einen Urknall in einem viel, viel größeren Maßstab, wenn man jetzt an den Multiversen jetzt vielleicht in dem Fall denken mag, stattgefunden haben, wo physikalische Ereignisse, und das ist das, was die verschiedenen Theorien, über die wir heute nicht sprechen werden, auch unter anderem aussagen, ist, dass es durchaus auch sein kann, dass in anderen Universen auch andere physikalische Gegebenheiten und Eigenschaften vorherrschen, die eben Leben halt nicht möglich oder anders möglich machen, wie ich es ja gerade am Anfang auch geschrieben habe, wo dann Planeten anders aussehen können, dass das eben ein Zufallsprodukt ist. So, und auch da kann es sein, dass in 100 Universen, wenn es halt so viele verschiedene gibt, dass gerade in dem einen, in dem wir uns befinden, dass die physikalischen Verhältnisse und die, die hier, Abstand Erde zur Sonne und so, dass diese ganzen Parameter so gut für das Leben geeignet sind, dass das hier bei uns definitiv stattfinden kann. Die nächsten fünf Universen, die nebeneinander sind, da hat der Zufall aufgrund des ursprünglichen Auslösers, Knalles, was auch immer, eben Nichtschöpfer dann in dem Fall, dafür gesorgt, dass dort halt keine guten Lebensbedingungen sind und, aber allerdings im sechsten Universum nebenan, gibt es wieder diesen Zufall, diese guten Lebensbedingungen und, wenn man sich dann eben diese schiere Anzahl erstmal vor Augen führt von dem, was wir ja angeblich auch erstmal sehen können und errechnen können, über wie viele Sterne wir erstmal in unserer Galaxie und in unserem Universum, was wir halt sehen können, was wir da hochrechnen können und wenn wir dann in Betracht ziehen, dass wir 95 Prozent noch gar nicht sehen können oder bisher nicht betrachten konnten, egal ob es jetzt aus physikalischen Gründen ist oder weil wir Menschen selber halt noch nicht so weit rechnen oder sehen können, wenn man das dann in Betracht zieht, dass das Ganze nochmal 250 Mal größer ist, als das, wie wir das hier sehen, es ist erstmal da eine Frage der Zeit, bis da andere Lebensbedingungen wahrscheinlich auch auftauchen werden oder Formen auftauchen werden, wo Lebensbedingungen dann erkannt werden, die genauso freundlich sind wie bei uns. Das kann bei uns in unserem Universum sein, das kann aber auch sein, dass es halt, wie gesagt, fünf Universen lang halt eben nicht diesen Zufall gibt und dass es eben halt der Zufall des ursprünglichen Auslösers ist und das ist dann in dem Fall halt kein Schöpfer, sondern eben Evolution und das kann eben ein reines Zufallsprodukt sein, das eben aber aufgrund von zufälliger Schöpfung, wie es ja Stephen Hawking ja auch sagt, von zufälliger Schöpfung eben an manchen Orten Leben oder das, wie wir das hier empfinden und sehen und spüren können, gedeihen kann und an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten nicht, aber die schiere Größe, das Zufallsprodukt einer chemischen Reaktion, wenn man es vielleicht mal so sagen mag, definitiv wahrscheinlich ist, dass wir da nicht die Einzigen sind und dann nimmst du diesen Kontext von es gibt einen Schöpfer, egal ob der eine Sache kreiert oder ganz, ganz viele verschiedene, woanders hier nimmst du dann raus und dann ist es trotzdem, wie wir es auf der Erde sehen, eben eine Kettenreaktion, wie Biologie dann zustande kommt, wie das eben funktioniert, anfängt zu arbeiten bis zu dem fertigen Produkt und wie gesagt, das kann dann in dieser schieren Größe kann es auch, deswegen sage ich, ich akzeptiere, dass es einen Anfang gibt, aber ich sage nicht gleichzeitig, dass es einen Schöpfer gibt, sondern ich sage halt nur, dass der definitive Anfang entweder etwas Zufälliges war, eben diese Kettenreaktion, die es entweder ermöglicht, dass nur unser Leben da ist, was ich halt für nicht wahrscheinlich empfinde, aufgrund dieser Größe und unberechenbaren Größe, sondern dass er definitiv mehr sein muss, das heißt, dann scheidet es sowieso für mich aus, dass wir alleine sind, wir werden keinen Kontakt so in dieser Form haben, wie wir uns das glaube ich gerne vorstellen und wünschen und ob es einen Schöpfer gibt, das klären wir in der nächsten Woche, nein, tun wir nicht, aber vielleicht irgendwann mal unsere Nachfahren, der Nachfahren, der Nachfahren bekommen vielleicht irgendwann mal das Interview mit Gott. Das wäre mega. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Leute. Ich habe ja schon vor einer ganzen Weile gesagt, das war meine letzte Frage, habe ich noch eine Frage gestellt? Seitdem weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber du hast dann angefangen, du hast angefangen vom Schöpfer zu reden und du weißt, wenn das Wort Schöpfer im Raum ist, dann kannst du das nicht in zwei Minuten klären. Ja, das ist, ja. Es ist halt wie immer. Es ist wie immer. Ja, wir haben original anderthalb Seiten gemacht. Anderthalb von acht plus zusätzliche Anhänge und Begriffserklärungen. Also wir sind heute wieder unglaublich weit gekommen. Wie war die Metapher von der letzten Folge unter dem Video? Abgehoben wie ein Tiger und gelandet wie ein Bettvorleger hat jemand geschrieben. Wir hätten mehr draus machen können aus unserem Thema. Ja, Story of our life würde ich sagen. So läuft das schon immer bei uns beim JWR Podcast, Leute, auch in den frühen Folgen. Sich ein festes Thema vornehmen. immer eine ziemlich sinnlose Aktion, denn wir sind immer abgeschweibt. Schon immer. Und ich denke, das ist auch etwas nicht, dass wir das beabsichtigt innen kooperieren wollen innerhalb der nächsten Folgen oder in der Zukunft des Podcasts, aber wir merken natürlich auch und das kann man jetzt zum Abschluss auch einmal ganz kurz antisern, alleine die Folge der letzten Woche und ich habe die Kommentare noch nicht beantwortet, über 70 Kommentare. Das zeigt natürlich die wahnsinnig große Interaktion und Reichweite, die wir natürlich haben und die Folgen mit Abstand mit den meisten Kommentaren sind die Folgen, wo Daniel und ich einfach diskutieren und eben zu diesem Grundaspekt halt beitragen, der uns immer am wichtigsten ist und das ist das, was wir auch immer sagen, wir wollen Diskussionen anregen und die nach vorne schieben mit möglichst verschiedenen Meinungen und in den meisten Fällen nicht beabsichtigt. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir uns ausdenken und sagen, hier, du glaubst jetzt an das Multiversum und ich sage, ich glaube nicht daran und wir gucken mal, wohin das führt, sondern es ist eine ganz, ganz natürliche Art der Zusammenarbeit mit dir, Daniel, dass wir von Grunde auf, glaube ich, schon relativ ähnlich sind, allerdings die Ansichten zu den Themen teilweise nie unterschiedlicher sein könnten und das regt natürlich wahnsinnig zur Diskussion an. Ihr nehmt da wahnsinnig häufig an diesen Episoden teil und da freuen wir uns immer richtig drauf, weil wie ich jetzt auch sage, ich schäme mich manchmal für Sachen, die ich vor 40, 50 Folgen gesagt habe, weil nicht aufgrund von mangelnder Moderationsfähigkeit, sondern weil ich heute eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe und Dinge auch anders bewerte und sehe und ein großer, beitragender Faktor ist natürlich dann der Austausch erst mal mit dir und vor allem auch zu lesen, was die Zuschauer und Zuhörer zu sagen und vor allem auch zu denken haben. Ja, das ganze Abschweifen gehört hier einfach dazu bei uns. Es ist, wie du schon sagst, es ist ja nichts Geplantes oder so. Es ist eben das Zusammenspiel zwischen dir und mir. Wir haben uns eben zusammengefunden, aus welchem Grund auch immer und so funktioniert das eben bei uns, weil wir haben zwar die gleichen Interessen, aber verschiedene Ansichten, also uns interessieren die gleichen Themen, aber die Ansichten, wie du sagst, sind teilweise grundverschieden und so ist es eben auch vorprogrammiert, dass man abschweift und ja, und irgendwie findet man sich am Ende dann doch wieder so zusammen oder man kommt zum Thema, aber ja, wie gesagt, so läuft es eben, ist ja auch nicht stimmt. Ich finde es gut, mir macht es Spaß. Es ist immer schön, wenn der Schöpfer einen am Ende auch wieder zusammenbringt. Meine lieben Freundinnen und Freunde des JVR-Podcasts, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne in euren sozialen bevorzugten Netzwerken, das würde uns für das Wachstum natürlich enorm helfen. Die Live-Kommentar-Sektion ist wahrscheinlich auch wieder explodiert. Ich freue mich auf eure Kommentare unter dieser Folge, vor allem auch zu der generellen Frage. Multiversum, ist es denkbar, ist es möglich oder reicht unser Universum aus, so wie ich das zum Beispiel sehe, dass wir uns darüber schon genug den Kopf zerbrechen sollten? Was ist eure Meinung dazu? Wie weit und wie tief kann das gehen? Und auf wen könnten wir in der Zukunft irgendwann stoßen? 95% sind noch nicht erkundet. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden wahrscheinlich nicht viel zu diesem Teil beitragen können, aber wir werden auf jeden Fall darüber reden, sollte es Neuigkeiten geben. Meine lieben Freundinnen und Freunde des JVR-Podcasts, Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und die Musik ausmachen, weil ich höre hier gerade das I'm a Believer von Smash Mouth, hier von der Schreck-Band. Weißt du? Und das kann ich im Hintergrund nicht laufen lassen, wenn es um so ein elementar wichtiges Thema heute ist. Hast du jetzt die ganze Zeit Mucke gehört, wo wir gequatscht haben, oder was? Ja, so leise im Hintergrund. Also mit meinem ADS kann ich das nicht machen, Alter. Ja, ich habe aber nur Musik gehört, die ich ja kenne. Und wenn ich Musik höre, die ich kenne, dann kann ich auch dir zuhören, deinen elementar wichtigen Dingen, die du mir dann zu erzählen hast. Und? Bis zum nächsten Mal. Oh, geiler Typ. Er hat sich das gemerkt. Euch, Gott, ich bin jetzt schon zeitgü Same, ich bin jetzt traurig, die Sie sind kenne. Ja, ich bin eben, Ich bin egal. Ich bin, Oh, ich bin jemand equal. Oh, ich bin jeder. Oh, ich bin´с. Oh, ich bin nur ihm. Oh, ich bin glaube ich immer noch nichtigram. Und dann hoffe ich seifie bist.